oben zu bauen bis es oben rund um leucht ach ja von mir aus kriegste mit closed down nicht hin ich habe aber nur closed down äh ja genau ja gegenstände da drin nein wertvolle hinten in der ecke wertvolle oh da draus kann damit kann ich viel anfangen ich nehme mir mal den 1 raus ja was den ganzen stack hatte man die kriege ich da raus du machst es ja sowieso zu klausen oder nein bitte nicht ausprobieren weiß ich nicht was ich damit noch mal für closed down machst du kannst ja wieder zurück machen das ist ja kein problem dann krieg ich doch weniger raus oder keine ahnung normalen weiß ich nicht normal ich will es nicht ausprobieren alles bitte nicht alles verarbeiten mal kohle aber ernten ja finde ich gut dann habe ich ihn gebraucht da oben hier acht acht 12 müssten es sein gut rafting table dann klaue ich mir noch ein bisschen redstone von dir reisen sagen dass das redstone kannst du redstone kannst du auf jeden fall von mir wieder kriegen einerseits geil einerseits scheiße was denn ich höre lava weiß ich hier ist irgendwo höhlen oder sonstiges in der nähe auch ne wie viele creeper sind das auch erst mal stück weggerennt erfen voll die scheiß creeper nee jetzt ist er hochgegangen drecksviech so ich denke ich baue die glocke jetzt noch zu ende und dann das aber vokabeln während und dann mit dem heutigen Tag rüstet ich mag morgen haben wir wieder musik das ist so langweilig und wenn dieser scheiße da was immer auf ich glaube das sieht hier gut aus jetzt kommt hier wasser wieso kommt hier jetzt wasser oh ich habe eine höhle gefunden das wasser stopfen ich glaube sogar das ist die höhle wo ich war ich pech habe war hier jemand anders das ist die höhle die wir zwei glaube ich durchforstet haben ja wo wir so viele diamanten gefunden haben ja ja eigentlich nur raten strip meinen gehen da habe ich auch bin ich auf die höhle gestoßen von hier irgendwo kam ich hier hier kam ich ja alter wenn der steffen da irgendwas sagt dass das scheiße ist wie ich den kalt auch das Signal an an ist ihnen und soll ja alles da ich es ist auf sich ich direkt in der Wolke auch nicht aber das erste Mal zu zweit vielleicht kriegen wir etwas Ritz und Session ist Kritik dazu wie die Leute das finden ich persönlich finde es zu zweit immer etwas langweilig eintönig weil das jeder macht sagt langweilig zu zweit kann jeder aber wenn du mehr Leute hast hast du viel mehr Dialog dabei das stimmt nur wir waren jetzt halt gerade so da drin und wollten das jetzt nochmal fertig machen hier irgendwie oh ne ich höre wieder Lava ich will keine Lava hier haben vielleicht brauche ich nicht mal in die Richtung mich wieder bei der Höhle raus ah irgendwie ist das doch ja alles scheiße dann werde ich jetzt viel Spaß haben was und mich jetzt hoch der 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 Hähler nur auf die Türste drauf ich mich verwecken hier als zum Wies sagst du zu also komisch geräusch hatte diese geräusche von den trick das ist das npc dorf npc dorf und jetzt heute von uns nicht im pc das ist Ich weiß nicht, ich weiß nicht. das hier nix ok das ist ein Riss aber was vorne als hab ich ein kleines Platzproblem hier oben um alle weiß ich will die ich hab's ich hab jetzt zweistöckig praktisch die um ich bin und ich will die jetzt synchron lauf synchron drehen lassen Köln ist es ist es ist und um das jetzt an Aber das, wenn wir Fifa 14 zusammen im Together spielen, muss ich nicht erwähnen, dass wir das mit Xbox-Controller spielen, oder? Nein. Das ist selbstverständlich. Also auf der Tastatur? Nee, danke. Das würde ich mir auf der Tastatur nie im Leben handtun. Never. Never ever. Glaub ich überhaupt in die richtige Richtung? Doch lade an die Welt. Dann müssen wir das hier mal provisorisch machen. Quake Pro. Was bringt mir das jetzt? Toll. Hammer. Tutscreen-Modus. Muss ich das jetzt verstehen? Blorium. Blorium.